Sooo, es geht weiter mit The Legend of Zelda A Link to the Past. Warum sag ich das immer so komisch? Ja, hier sind noch zwei in der Leitung, aber die wollen es gerade anscheinig sagen. Ich wusste nicht, dass ich da eine Antwort zugeben soll. Nein, brauchst du es doch nicht. Ich wollte es nur, oh, sagen. Ich kann das Spiel gar nicht mehr, weil ich es schon so oft nicht mehr gespielt habe. Oh Gott, oh nein. So, wo waren wir denn? Wir waren jetzt in diesem komischen Haus da. Wir sind mit der Prinzessin geflohen, das weiß ich noch. Ähm, uah! Ritter, Ritter! Ach du Scheiße. Ich bin schon beim letzten Mal draufgegangen. So viel Schaden. Herz. Aber wie schneller sind dein Mann? Ich werde mal hier alles durchforsten. Ah! Bomben! Und, wie kann ich nochmal die Karte öffnen? So nicht. So auch nicht. So! Genau, wir müssen zu diesem Haus, das da mit dem X markiert ist. Das werde ich jetzt auch tun. Mann, da haben wir mir gehalten. Boah, was spielt ihr da eigentlich? Oh, oh, eine Fee. Oh, sehr gut. Ah! Franz Ritter. Geh weg, du! Oh, nicht mein Herz gibt's. So jetzt haben wir gleich den ganzen Garten durchplügt. Oh, eine Bombe. Super. Das ist der beschissenste Garten, den ich je gesehen hab. Jetzt Bomben. Bombengarten, ja. So. Ein bisschen Magie könnten wir auch noch gebrauchen. Aber gehen wir mal nach rechts! Äh, nach links! Ja. Ich hab nur links und rechts Schwäche. Nein. Nach rings. Nach rings? Oh, ganz viele Herzen, sehr gut. Was haben wir hier? Ein Schild. This way, Kakariko Village. Ich glaub, da wollen wir hin. Gucken wir nochmal schnell hier. Oh, so viel Rubies! Gibt's kein Limit hier? Ich glaub schon über 118 Rubies. Hab ich ja nicht gelegen. Jetzt head it! Head 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 head! Thailands! Ich war alle Böschchen kaputt machen hier. Zack, 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 zack. Ah! Wie cool. Oh, ah, eine Bombe. Da fahr ich nicht mehr rein. So! Kakariko. Ach komm. Den, lass ich jetzt in Ruhe. Kakariko will ich. Das macht Eni auch nicht da irgendwie rum. Sag mal. This way, okay. Ähm, ist das schon das Haus, wo wir hin sollen? Ne, das ist es noch nicht. Aber ich schau trotzdem mal rein. Oh, hier ist ein Huhn! Hühner treten! Ah! Hühner schlagen! Stirbhuhn! 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 Das gibt's nicht! Das ist unbesiegbar! Ach, wir sind so passiv jetzt. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Geh, geh weg wo sch... Geh mal in das Haus her. Vielleicht ist es hier ein alter Mann, der uns was gibt. Oh ne, es ist ein vermummter Mann. Hm, du siehst aus, als wärst du an deinem Schicksal interessiert. Soll ich dir die Zukunft vorher sagen? Ich mach es dir auch billig. Ich mach es dir auch billig. Ich mach es dir auch billig. Ich mach mal hier ins Safe State. Ich weiß nicht, ob das etwas kostet. Ich will ja nichts bezahlen jetzt dafür, dass er mir nur sagt, was passieren wird. Hokus pokus, du findest den älteren Sahaschrala. Jetzt werde ich 30 Rubinen nehmen. Ich hoffe, du wirst gesund bleiben und so. Ha 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 ha. Nein. Äh, nicht interessiert. Okay. Mhm, mhm. Okay. Ja, er meint, wir wären ein armer Mann, nur weil wir jetzt nicht das Geld dafür bezahlen wollen. Hab ich den Safe State mal gut gesetzt? Ruf doch nicht immer deinem Highlight weg. Die Information konnte ich auch schön verzichten. Wanted! Das ist der Kriminelle, der Zelda gekippnet hat. Ruft einen Soldaten, wenn ihr ihn seht. Äh, und das ist ein Bild von Link. Aber wir haben doch Zelda gar nicht entführt, wir haben sie auch gerettet. Keiner mag uns. Okay, gehen wir mal hier rein. Was haben wir? Wir können den alten Kerbel schmeißen. Mit Töpfen. Und sonst nichts. Und Herzen, die ich nicht brauch. Was sagst du? Yo, Link! Das Haus war mal ein Versteck für eine Gang von Dieben. Äh, wie war nochmal der Anführer? Wie war nochmal der Name vom Anführer? Ach ja, sein Name war blind und er hasste helles Licht. Sehr. Aha. Cool. Geh mal runter. B1. Ah, Schätze. Geh auf. Achso, da muss ich wahrscheinlich irgendwas schieben. Kann ich schieben? Ah, ich kann schieben. Ah, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Moment. Okay, Schieberätsel. Ah, sehr gut. Rubies. Okay, und jetzt den hier runter. Ah, ich krieg den nicht alle frei, oder? Ich glaub nicht. Ah, den hier runter. Geht nicht. Schade. Dann schieben wir den hier runter. Geht auch nicht. Schade. Dann den hier runter. Das geht. So, den hier hin. Den da hin. Dann nicht. Dann vielleicht nach oben. Bitte. Bitte. Geh nach oben. Du. Verdammter. Steinblock. Ach, ich nehm jetzt einfach in die Kiste. Okay, wie's aussieht. Müssen wir auf die beiden verzichten? Ich brauch ihn. Weil ich hab keine Ahnung, wie wir da dran kommen. So, 163 Rubine. Könnten wir doch zum alten Kerl gehen für diese, für diese Information. Aber ich denke nicht. Oho. So. La la la. La 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 la. Hier müssen wir rein. Hallo? Ist jemand zuhause? Keiner da. Boomerang. Oh, da ist eine alte Frau. Oh, sie danzt. Seht nur, wie sie danzt. Hier alte Frau. Hier alte Frau. Was sagst du denn? Wer? Oh, du bist es, Link. Was kann ich für dich tun, junger Mann? Den Ältesten? Och, den hat keiner mehr gesehen, seit der Zauberer angefangen hat, Opfer einzusammeln. Was? Mastersort? Nun, ich kann mich nicht an die Details erinnern, aber... Vor langer Zeit wussten... Achso, ne, Leute... Was? Ja, eine Legende, hat von vielen Schätzen erzählt, die in Hylia versteckt sind. Das Mastersort ist eine mächtige Klinge, geschmiedet gegen die bösen Herzen. Äh... Man sagt, dass sie tief schläft in einem Wald. Verstehst du diese Legende? Ja. Na gut, such den Ältesten. Es... Es... Es muss... Es muss jemanden im Dorf geben, der weiß, wo er ist. Pass auf dich auf, Link. Toll. Und sie danzt weiter. Gut, dann gehen wir mal den Ältesten suchen. Der muss sich ja irgendwo hier im Dorf befinden, hat sie gesagt. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass hier Soldaten sind. Oh, ne. Hallo, ich bin Link. Ich werde gesucht. Oh, oh, scheiße. Sie ruft doch noch die Wache. Das ist natürlich sehr nett. Ah. Stirb. So. So, das kriegst du jetzt mal aufs Maul. Ich muss mich verraten. Ey. Ah, eingesperrt. Toll. Hier ist ein Rubin. Ähm, oh, das Dorf ist ziemlich groß. Da. Süden, Osten, Westen, Norden. Aha. Hallo, weißt du, wo der Älteste ist? You, Sir. Du, Mr. Dings. Hast du... Äh, bist du durchs Leben gegangen ohne meine alles festhaltenden Dings? Geh nach rechts und mach dein Leben komplett. Ich habe eine ganz billig. Nur für 100 Rubine. Bist du interessiert? Ja, klar. Gut. Vielen Dank. Jetzt geh über meinen Kopf. Was? Um die ganze Spell zu sehen. Das ist gut fürs Geschäft. Okay. Jetzt haben wir einen magischen Bottle. Das ist ja nett. Ich weiß noch nicht, was die bringt. Kann ich mal in den Inventar gucken? Nein, nein. Nicht da. Nein, nicht da. Inventar, Inventar. Ach, da. Okay. Bottle. Toll. Äh, das zeigt uns immer noch an. Wir sollen in das Haus? Echt? Da war ich doch grad drin. Hm. Egal. Mal. Mal weiter gehen hier. Tsch. Rubine. Rubine. Und. Tsch. Und. Tsch. Und. Ne nochmal. Bam. So. Was ist hier drin? Ein Mann. Hallo. Hi Link. Entschuldigung. Entschuldigung. Wegen dem Hof. Er ist ein bisschen überwachsen. Danke für den Besuch. Ich bin froh, jemanden zu haben, der mit mir redet. Ich werde dir eine interessante Geschichte erzählen. Ach. Da ist dieser See. Wo die Zoras drin schwimmen. Nein. Weißt du? Es ist ein Lakes. So. Achso. Aber es ist schwer zu finden. Der Schatz der Zora kann Leute in einen Fisch verwandeln. Hehehehe. Das würde ich gerne mal sehen. Ja. Du bist aber ein sehr komischer Typ. Bellen. Und. Ach. Ne. Doch nicht. Schade. Ich dachte ich könnte nur so einen Spin machen. Ähm. Was haben wir? Hier. Hallo? Geh. 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 Going to Power. Kraft gesucht. Aber ist nicht zurückgekehrt. Ich frag mich wo er ist und was er tut. Woher. Ich hab sie gesehen. Eine sehr nette junge Lady. Am Wasserfall der Wünsche. In den Bergen. Wo der Fluss beginnt. Link, du solltest sie treffen. Zumindestens einmal. Ich bin sicher, sie wird dich mögen. Okay. Was ist denn hier? Herz. Toll, wie komm ich denn da her? Das ist ja ein Secret. Ja, ein Secret. Da staunst du, ne? Was? Nein. Rubine. Boah, ich muss erstmal genug Rubine hinkriegen. Da haben wir unbesiegbare Hühner. Oh, ne Fee. Au, die Fee tut mir weh. Das ist ne Biene. Verdammte Bienen. Das sieht mir gar nicht so wie gesagt. So. Ach, was mach ich eigentlich hier? Hi Link, der älteste. Hast du mit Großvater gesprochen? Okay, aber... Sag nichts von den bösen Menschen. Er versteckt sich in dem Palast hinter dem Schloss. Ich werde den Ort markieren. Auf deiner Karte. Hier. Dankeschön. Cool. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Wo ist denn das? Wo ist denn der Palast? Äh, was? Da? Das ist aber nicht hinter dem Schloss. Das ist ja... Äh, östlich vom Schloss. Was erzählt er denn? Toll, ich weiß gar nicht, was es hier noch im Dorf gibt. Was ist das denn? Okay, jetzt einfach nochmal hier gucken. Die ruft bestimmt nur die Polizei. Hier ist nichts. Oh, ein Huhn. Ein Huhn. Komm her, Huhn. Bäm's. Bäm's. Okay. Ja, dann wissen wir jetzt, wo der Älteste ist. Und machen wir uns mal auf den Weg, ne? Auf, auf. Was ist hier oben? Hier oben ist nichts. Sehr gut. Da gehe ich jetzt nicht her. Ich gehe mal einfach, äh, schnurstracks den Weg, wo ich hin muss. Und lang. Weil ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich weiß auch nicht, wo sich die ganzen coolen Items befinden. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, Boah, du brauchst doch jetzt noch, äh, die Mega-Lampe und was weiß ich nicht alles. Sonst kannst du es nicht schaffen. Und ich denke mir so, äh, weiß ich nicht. Vielleicht. So, Parita besiegen, das steht dir. Ach ja, weiß ich doch. Nein. K und S. So. So, kommen wir da. Das wird wahrscheinlich der erste Dungeon sein. Ja, Link, ich weiß, dass du da bist. Weiter geht's. Düdudu, düdüdü, Rita, den ich töte, damit der mich nicht nervt. Oh, was haben wir hier? Oh, ein Friedhof. Oh, und eine Biene. Biene, Biene, Biene. Und Ritter, Ritter, Ritter. Stirb, Ritter. Stirb. Ah, gut. Friedhof. Ich weiß jetzt nicht, was cooles auf dem Friedhof ist. Bestimmt irgendwas, aber ich hab keine Ahnung, deswegen geh ich da nicht hin. Hier ist ein blauer Ritter. Du bist härter, ne? Du bist härter. Du bist ein blauer Ritter. Komm her. Oh. Ja, blau ist schon. Ja, ich glaub, blau ist schon ein härteres Zeichen als grün. Das macht ja mal die Farbe bei diesen Alpen-Spielen. Einfach nochmal neu recolored. Und schon war es ein härterer Boss. Was? Oh, du Scheiße. Armbus schützen. Aua. Tja, jetzt habt ihr keine Pfeile mehr. Jetzt habt ihr wieder Pfeile. Aber ich werd die ab. Nein, nein, nein. Stimmt doch. Double Kill. So. This way, Magic Shop und Waterfall of Wishing. Ah, ich wollte, glaub ich, zum Waterfall, weil das hat mir dieser eine Typ doch gesagt. Dass ich da mal vorbeigucken soll. Aber ich will jetzt auch mal gucken, was im Magic Shop ist. So viel Magie haben wir ja nun nicht mehr. Ist doch auch nicht weiter schlimm. Ich setz die ja kaum ein. Wo soll der hier sein? Ah, da. Oh, das ist eine Hexe. Ah. Was ist das für ein Scheißvieh? Oh Gott. Oh Gott. Ne, ne, ne. Schnell vorbei. Oh. So, die Hexe ist... Ach, du bist doch... Was soll das denn? Scheiß Spiel. Ah. Jetzt machen wir noch schnell den Garten kaputt. Ach so, der Wasserfall ist auch in der Nähe. Oh. Ja, und mit diesem schönen blinkenden Geräusch hier, also mit diesem nerfigen Piepstonen verabschiede ich mich in den nächsten Part. Und dann reden wir mal mit dieser komischen Hexe. So, und die anderen im Hintergrund waren ja schön ruhig. Das war gut. Das scheint, sie sind nicht so am Ragen gerade. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Huah.